Hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen Neuausgabe Frage und Antworten. Zu mir Blackridge. Und zwar gibt es ja immer mal wieder so ein paar Fragen in den Kommentaren oder per PN, die ich dann immer wieder beantworte. Nun dachte ich mir, mache ich einfach mal ein kleines Video mit Frage und Antworten zu Blackridge. Ja, und zwar die erste Frage. Ja, wie alt bist du eigentlich? Ja, also ich bin 25 und werde am 15. März 26. Ja, ich bin 88 geboren in Potsdam und ja, habe schon so gut wie alles in Deutschland gesehen. War schon in NRW und in Baden-Württemberg, Hannover und weiß ich nicht wo alles. Außer in Potsdam, da kenne ich mich nicht aus. Ja, wie heißt du denn eigentlich? Ich finde dich ja voll süß. Ja, also ich bin der Peter, natürlich nicht. Also mein realer Name wird hier auf keiner Weise verraten. Ich glaube, das Einzige war mal auf Twitter, aber das habe ich auch aus meinem YouTube-Kanal rausgenommen. Und ich finde das auch echt ein bisschen kurios. Ich meine, mein Name ist so oft vertreten in der Welt wie kein anderer. Aber trotzdem möchte ich das alles ein bisschen geheim halten. Genauso wie die Frage, wo wohnst du denn eigentlich und ich würde dich ja gerne mal besuchen. Ja, natürlich sage ich, ich gehe mal in die Straße, da können wir ja mal was zusammen unternehmen. Nein, also solche Sachen wie Name und Anschrift würde es von meiner Seite aus nie geben. Selbst wenn mal in einem Gewinnspiel jemand etwas gewinnt, was jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine DVD sein wird, dann wird der Absender auf keinen Fall dabei sein. Da wird dann der Steppel von der Post sein und da wird dann auch nur die Stadt draufstehen. Also kein Problem, die Frage ist beantwortet. Mein Name ist eigentlich relativ unwichtig. Blackridge, schön wäre es, wenn ich es heißen würde. Wie gesagt, und Anschrift ist genau dasselbe, genauso wie die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, okay. Das kann ich gerne sagen, blackridge-at-web.de, die ist eigentlich so relativ normal. Also genauso wie der Kameraname, nur halt at-web.de, also blackridge-at-web.de. Kann man mir gerne schreiben, da kriege ich sowieso die ganzen Mails hin von YouTube. Das ist kein Problem. Skype ist auch kein Problem. Blackridge, welch ein Wunder. Steam, Blackridge 1319, 1319 und so weiter und so fort. Also eigentlich generell immer relativ einfach gehalten. Und ja, wie gesagt, ansonsten mit Telefonnummern und so habe ich es jetzt nicht so sonderlich. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, spielst du eigentlich World of Warcraft? Und ich muss immer wieder darauf antworten, nein, schon seit Miss of the Mandaria nicht mehr. Nächste Frage. Ja, und wirst du jemals wieder World of Warcraft spielen? Ja, das weiß ich leider nicht so genau. Also World of South Draenor hört sich ja recht schön an, aber ich weiß es allerdings nicht so genau. Weil dazu muss ich sagen, da kommt ja einiges auf mich zu. Weil einerseits muss ich dann M.O.P. kaufen, oh, schön, 30 Euro, hm, da hat man ja eine Freifassung, ne? Und dann halt Wall of South Draenor, hm, nochmal 50 Euro, ja, da sind wir dann schon bei, äh, 70, Mathematik, hm. Und, ähm, ich glaube, dass das eher problematisch wird, dass ich da wieder anfangen werde, aber in der World of Warcraft Lore wird sich natürlich nichts ändern. Ja, hast du eigentlich noch andere Themen geplant, außer World of Warcraft Lore, wie zum Beispiel Diablo Lore oder StarCraft II Lore oder irgendwelche anderen Gaming-Lores? Ja, also geplant, ich hatte die Ideen dazu, ich hatte wirklich schon geplant oder die Idee gehabt, ah, mach doch einfach mal Diablo Lore oder StarCraft Lore, damit du einfach mal dieses ganze Blizzard-Thema abgedeckt hast. Das Problem ist dabei, ich habe so gut wie jeden Platz auf meiner, auf meinem Kanal ausgemerzt oder ausgenutzt. Also ich habe jetzt wirklich nur noch ein, zwei Bereiche, die ich hier hinzufügen kann und, ähm, die sind eigentlich auch schon alle ausgebucht. Also diese beiden Plätze sind auch schon belegt für zukünftige Projekte, die ich hier aber noch nicht erwähnen möchte. Das sind ja mehr oder weniger kleine Überraschungen, aber, ähm, geplant war es wirklich mal sowas wie StarCraft II Diablo Lore zu machen oder allgemeine Lore über Games oder, was weiß ich nicht, irgendwas über Filme und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, diese ganzen Rubriken sind einfach viel zu speziell. Ich könnte natürlich auch einfach eine Rubrik machen, Lore-Filme und dann die einzelnen Playlisten dazu und Lore-Games und die einzelnen Playlisten dazu. Aber das ist mir eigentlich alles viel zu umständlich. Planst du noch weitere Let's Plays außer Final Fantasy oder MMOs? Ich weiß es nicht so genau, das kommt ganz von den Spielen ab, äh, das hängt ganz von den Spielen ab, die so releasen. Also wie zum Beispiel Final Fantasy, ach, das ist jetzt schon ziemlich alt, das habe ich mir einfach zugelegt, weil ich das damals gezockt habe und einfach mal so zeigen wollte, wie das Spiel eigentlich so damals war. Ja, und, ähm, zukünftige Spiele, das kommt darauf an, wie mir das Spiel gefällt, ob es überhaupt meinen PC aushält, das ist jetzt nicht der beste, aber immerhin ein guter PC. Ja, mit dem hätte ich vorerst Lockheft 2, über das ist vor allem nicht mehr zocken können. Und so weiter und so fort. Ja, ähm, nächste Frage. Wie sieht das eigentlich mit deiner Musik aus? Würdest du die irgendwann mal weitermachen? Dazu muss ich noch ein wenig weiter hinausgreifen. Ich hatte ja mal vor geraumer Zeit einen Musikkanal, nämlich Black Ridge Music, der existiert sogar noch. Aber ich werde keine weitere Selfmade-Music mehr machen, sondern, ähm, wenn ich mal wieder Bock habe, ein Lied zu machen, dann wird das zu 75.000%, wenn es gut ist natürlich, ähm, in einer der folgenden Epic und OST-Hours sein. Ja. Ja, da hast du ja seit den neuesten auch Epic Cinematic Compilitions. Ich wäre ja daran voll interessiert, da mitzumachen. Kann ich dir da helfen? Serious? Serious? Wie willst du mir dabei helfen? Äh, willst du mir sagen, welches Game ich reinbringen soll? Okay, das kannst du ja gerne bringen, aber das ist immer noch meine Entscheidung. Ähm, an sich plane ich natürlich weitere Epic Cinematic Compilitions. Ich freue mich auch, dass die super toll ankommen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, weiß ich nicht so genau, wann die Dinger kommen, weil ich habe auch nicht immer so viel Zeit. Und, ähm, ja, ansonsten werdet ihr einfach sehen, wie das so alles läuft. Äh, weißt du ungefähr, wie viele NPCs die Word of Warcraft Loom fasst? Äh, äh, da muss ich wirklich schätzen. Das sind so um die mindestens 300, Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3, Word of Warcraft von Klassik bis dann Warlords of Draenor. Das sind mindestens 200, 300 NPCs, die Lore haben und auch wirklich nennzhafte Lore. Und wir haben davon gerade mal, ähm, rund 65 abgedeckt. Also recht wenig. Also da ist noch wirklich viel Potenzial. Du hast ja schon seit Längen keine Wörter von Cliff Vorlegungslor gemacht. Kannst du nicht lesen? Nein, ich kann nicht lesen. Was ist das denn für eine Frage? Also wirklich, manche Fragen sind echt so trollig, dass ich darüber nur lachen kann und sagen muss, nein, ich kann nicht lesen, ich bin dumm. Tut mir leid. Aber, ähm, naja, natürlich kann ich lesen. Und, ähm, ich weiß nicht so genau, wann ich die Word of Warcraft Vorlesungslor mache. Das Problem ist dabei mit den Content-ID-Anfechtungen. Ich möchte ja so gut wie möglich alle Videos monetarisieren, so damit, dass, damit ich da so ein, zwei Cent pro Video bekomme. Ist jetzt nicht viel. Ähm, das Problem ist wirklich, dass in diesen Büchern die Rechte am Blizzard sind und die Lizenzen Blizzard, naja, sie sind etwas knauzerig, sag ich mal so. Also für die Geschichten, äh, um die NPCs habe ich die Lizenzen, aber zum Beispiel für die Bücher nicht. Und für die allgemeine Original-Lore von Blizzard habe ich zum Beispiel auch die Lizenzen. Ähm, aber allgemein die Bücher habe ich momentan nicht und ich weiß auch nicht, ob ich sie mir einholen werde. Ähm, Blizzard hat mein erstes Video, die Vorlesungs-Lore Kapitel 1, äh, kriegt er an, glaube ich war das, ähm, geduldet, aber, ähm, sie haben gesagt, dass ich bei weiteren Dingen damit rechnen muss, dass entweder eine Content-ID-Anfechtung kommt oder sie es wettbewerb blocken werden. Das ist natürlich blöd, aber, ähm, ja, gut, eine Lizenz wollten sie mir dafür nicht geben, weil sie sagen halt, kauf dir das Buch, kauf dir das Hörbuch. Wozu gibt es eBay oder Amazon? Aber gut, ähm, werden wir sehen, wie wir das weiterhin fortführen. Ähm, es wird, denke ich mal, irgendwann da eine Lizenz geben und dann, denke ich mal, werde ich das auch weitermachen. Du hast ja mal erwähnt, dass du Word of Warcraft die Fabisches machst. Wie wird das denn genau ablaufen? Ja, also im Krummen und Ganzen wird das eigentlich so ablaufen, dass sich Videos, die in dem Zeitraum meine Anfänge, also hier zum Beispiel, äh, Word of Warcraft, Lord, die Entstehung Azeroth, eines meiner ersten Videos, was vollkommen schlecht und vollkommen uninformativ war, einfach nur nubig war, dass ich die einfach neu aufsetzen werde. Also sie werden in dem Design von heute gemacht und natürlich auch mit dem selben Potenzial gemacht von heute. Und das alte Video wird natürlich bestehen bleiben, aber es heißt dann einfach nur Punkt 1. Also was weiß ich, ähm, Word of Warcraft, ähm, NPC-Lore, Arthas, 4.1. Daher, dass Arthas eigentlich ja 4 ist und das Refurbished ist dann einfach 4.1. Das ist eigentlich alles. Also an dem Design, wie ihr es heute kennt, wird sich nichts ändern. Es wird einfach nur neu aufgelegt, die alten Videos bleiben. Damit sind die ganzen Leute, die sich immer darüber beschweren, hä, wieso ist das so schlecht, hast du das nicht nochmal in Neuauflage, können sich dann darüber nicht mehr beschweren. Und da sage ich dann einfach nur, klick mal auf da, 4.1. Oder ich mache auch gerne dann in die Videobeschreibung der schlechten Videos einen Link zu dem jeweiligen neuen Video, auch gerne im Video als Verlinkung, whatever. Ähm, was haben wir denn hier noch so weiter? Ja, du hast ein neues Thema, Let's Talk about Word of Warcraft, und deine Kollegin Amini, drei, hört sich ja voll süß, kann ich dir ja ihre Adresse und so weiter haben? Ähm, nein. Das ist genauso dasselbe wie bei mir. Also ich denke nicht, dass das irgendwie interessant ist, wie Amini, drei, ein richtiger Leben heißt, oder ihre Adresse oder ihre Telefon, oder sonst irgendwas. Sowas werde ich niemals von meinem Kollegen oder von mir selbst rausgeben. Das ist einfach must have bei mir und eines meiner Dinge, die ich niemals ändern werde. Also nur wirklich enge Freunde, die ich auch in Real Life sehe, wissen, wie ich richtig heiße, und wissen auch, wo ich wohne, aber sie werden auch genauso wenig verraten, wie ich heiße, und das ist auch gut so. Ähm, haben wir noch eine weitere Frage? Eigentlich nicht, soweit ich das sehe. Wir sind jetzt auch hier bei zwölf Minuten. Ähm, ja, um vielleicht noch ein bisschen was selber zu klären, ähm, kann ich nur sagen, schaut in meinem Kanal, da gibt's Infovideos, zum Beispiel Navigation zu meinem Kanal, da zeige ich euch, wie ihr in meinem Kanal zurechtkommt. Äh, da zeige ich euch einfach, wo die einzelnen Playlisten sind, wo die Word of Warcraft-Vorschlagsliste ist, und so weiter und so fort. Da seht ihr eigentlich relativ viel. Und dieses Navigationsvideo habe ich schon mindestens 1000 Mal in einer PN angeheftet, wo dann gefragt wurde, ja, wo ist denn jetzt eigentlich die Word of Warcraft-Vorschlagsliste? Jetzt kann ich sagen, ich hänge einfach das Navigationsvideo an und fertig. Deswegen sage ich das auch hier, schaut euch das an, wenn ihr nicht in meinem Kanal klarkommt. Es bringt nichts zu sagen, oh mein Gott, ich suche jetzt ein bestimmtes, ich hab jetzt eine NPC-Sache, aber ich traue mich nicht, die zu wünschen, weil kann ja sein, dass der die ablehnt. Schaut in die Word of Warcraft-NPC-Lore, da seht ihr jeden NPC, der bisher bearbeitet wurde. Schaut in die NPC-Vorschlagsliste, dort seht ihr, was sich gewünscht wurde. Und wenn ihr dann seht, ah, mein Vorschlag war ja so, den habe ich mir doch eigentlich so gewünscht. Und ah, der ist ja schon da oder wird noch bearbeitet. Ah, jetzt muss ich mir jemand anderen einfallen lassen. Dann lasst euch jemand anderen einfallen lassen. Dann, äh, Deutsch. Dann lasst euch jemand anderen einfallen. Es gibt, wie gesagt, unzählige NPCs. Ned Peggle, Harrison Jones, also Harrison Ford, ähm, was weiß ich, die Schreckensrots und so weiter, und so weiter, Tichondres, Anacondos, und bla, ich kann damit gar nicht aufhören. Also es gibt wirklich noch unzählige WoW-NPCs, die wir noch nicht beleuchtet haben. Die könnt ihr euch gerne allesamt wünschen. Und falls ihr doch jemals einmal den Fehler machen solltet, und euch einen NPC wünschen solltet, der schon vorhanden ist, kein Problem, ich schreibe euch, dass das hier schon vorhanden ist, dann seid ihr da auch auf den neuesten Stand. Bezüglich dessen werde ich auch in den nächsten Tagen ein neues Navigationsvideo veröffentlichen. Darunter wird zum Beispiel neu sein, wie suche ich ein bestimmtes Video auf deinem Kanal, wie zum Beispiel Video Nummer 4, oder Video Art Has, oder so weiter und so fort. Ansonsten würde ich mich über Kritik freuen, wie ihr so an sich klarkommt, und wie euch so alles gefällt, was man noch so anführen könnte, was kann man besser machen, was für Projekte könnte man mal machen, Lore, Gaming, und so weiter und so fort. Ich bin wirklich über jeden Vorschlag dankbar, und wenn es der Community recht tut, und die sich das auch wirklich angucken würden, dann würde ich das auch zu 75% machen. Ich muss teilweise ein bisschen überlegen. Ja, um vielleicht noch ein paar andere Sachen anzumerken, es wird in nächster Zeit eigentlich nicht wirklich viele Änderungen geben, denn die meisten Änderungen habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Es gibt einen neuen Kanal-Trailer, es gibt neue Thumbnails, vor allen Dingen für die World of Warcraft NPC-Lore. Was wird es noch in naher Zukunft geben? Es wird ein neues Avatar-Bild geben, es wird ein viel besseres und epischeres, hoffe ich, Wallpaper-Game, also das, wo jetzt momentan Black Witch Pictures, BCGAD, auch wenn man das keiner lesen kann, Musikzeichen, LP-Zeichen, Photoshop-Zeichen, I-Zeichen, Lore-Zeichen, W-Zeichen, drauf ist, das wird einfach mal umdesignt und von einem professionellen Designer bearbeitet und ich schätze mal, dass wir so in, naja, sagen wir mal, vier Wochen das sozusagen releasen können, hoffe ich jedenfalls. Schauen wir mal, wie das so läuft, kann ich jetzt noch nicht dazu sagen. Es wird natürlich auch weitere Specials geben zu 1000 Abonnenten, 5000 Abonnenten, 10.000 Abonnenten, auch wenn ich jetzt schon keine Ideen habe, 1000, aber das wird schon funktionieren. Wie gesagt, schreibt einfach Kommentare, wünscht euch was, es muss nicht NPC da sein, wünscht euch ein Game, was Let's Played werden soll, wünscht euch irgendwas. Wenn das wirklich geliked wird oder halt auch nochmal kommentiert wird, dann werde ich mir das wirklich überlegen, das mit aufzunehmen, weil wenn ich die Community damit zufriedenstellen kann, dann ist das kein Problem. Also macht einfach weiter, so wie bisher. Ich mag euch alle sehr toll. Das klingt jetzt überzeugend, oder? Ich liebe euch alle. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. World of Warcraft, Lore, Let's Play, Musik oder sonst irgendwas. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und mein Standardspruch, tu nicht das, was ich nicht auftun würde. Mein Name ist Blackridge und bis dahin alles Gute und ciao, ciao. Keep the change, beards. und bis dahin alles Gute.